Oh, hallo Männer. Was kann ich für euch tun? Wieso schließt ihr denn die Tür ab? Was habt ihr mit dem Strick vor? Und wer passt jetzt auf die Kasse auf? Nein, da bin ich aber leid. Spongebob, Taddeus, was hat das zu bedeuten? Bindet mich sofort wieder los. Sei still. Schimmelige Scholle. Was soll das eigentlich werden? Ich sagte, sei still, du blöder Blecheimer. Ich halte das nicht aus.